Liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Es geht um das zweite Staatsexamen, wie ihr im Titel schon nehmen könnt. Ich werde meine Tipps und Tricks für diese Prüfung euch einmal darstellen, weil das Examen jetzt schon einige Tage bei mir zurückliegt und ich noch relativ frisch sagen kann, was so meine Erfahrungen waren und welche Tricks und Tipps ich für euch habe. Es wird ein Labervideo wahrscheinlich werden, also ich relativ viel rede, auch Persönliches rede. Die Timestamps, also die einzelnen Unterkapitel des Videos, findet ihr unten in der Videokommentarsektion. Da könnt ihr einfach draufklicken und dann zum jeweiligen Kapitel, was euch mehr interessiert, einmal geben. Falls ihr keine Medizin studiert oder nicht wisst, was das zweite Staatsexamen ist, einmal ganz kurz genannt. Das zweite Staatsexamen ist die Prüfung, die nach dem Physikum kommt, also nach zehn Semestern, wenn ihr scheinfrei seid. Dann meldet ihr euch bei eurem Landesprüfungsamt, entweder über eure Uni oder über das Landesprüfungsamt direkt, also bei mir zum Beispiel das LPA Düsseldorf an. Dazu müsst ihr, werdet ihr viele Dokumente reinbringen, ich weiß nicht, bei uns war das eine Äquivalenzbescheinigung, dann eine Immatrikulationsbescheinigung, glaube ich auch, und so weiter und so fort. Das könnt ihr den Seiten entnehmen. Dann meldet ihr euch fristgerecht an und verpasst das bloß nicht, sonst wird es schwierig. Und dann werdet ihr irgendwann für das zweite Staatsexamen zugelassen und könnt an dieser Prüfung, die an drei Tagen am Stück sozusagen ist, teilnehmen. Ihr habt fünf Stunden Zeit, meine ich, waren das, fünf Stunden, wo ihr ungefähr an den drei Tagen zusammen 320 Aufgaben erledigen müsst. Das sind Multiple-Choice-Aufgaben. Und danach ist das Startsexamen soweit fertig. Und wenn ihr bestanden habt, könnt ihr ins praktische Jahr. Ich denke, dass die meisten sowieso Medizin studieren, die dieses Video anschauen, möchte ich gleich direkt starten. Ich habe hier eine gesamte Liste von bestimmten Punkten gemacht, die ich hier ansprechen möchte. Und ganz am Anfang die Frage, soll man den Amboss- oder den Via Medici-Lernplan nehmen oder soll man einfach drauf loslernen und hoffen, man wird irgendwie bestehen. Da kann ich ganz klar sagen, ich kenne keinen, der, und das ist keine Schleichwerbung oder so, der Via Medici genutzt hat oder Via Medici von Tima. Alle, die ich kenne, die Leute aus meiner Uni, benutzen den 100-Tage-Lernplan von Amboss. Und das ist so die Basic-Sache, die in diesem Video klar vorkommen wird. Egal, was ich erzähle, es wird sich auf Amboss mehr oder weniger beziehen, weil das das Tool ist, mit dem die meisten lernen. Wenn ihr das nicht kennt, es ist so eine Art Lernplattform, die für medizinische Themen entwickelt worden ist. Dort könnt ihr kreuzen, das ist ein sehr wichtiger Aspekt vom Lernen und Lesen der verschiedenen Kapitel. Und der Tag, der Plan geht ungefähr 100 Tage. Und den machen die meisten Studierenden, die ich ebenfalls kenne. Ja, ich fange mal einfach an, ein bisschen zu erzählen, wie war das M2 letztendlich für mich, was ist das so für eine Prüfung gewesen. Ich werde auf den Stress so ein bisschen eingehen und so weiter. Und vor allem auch, wie ich gelernt habe, das wird sich so ein bisschen überschneiden. Aber ich hoffe, das ist soweit in Ordnung. Ich muss jetzt so sagen, dass das M2 jetzt keine Prüfung war, vor der ich extrem viel Angst hatte. Anders als beim Physikum, beziehungsweise bei uns in der Physikum-Äquivalenz-Prüfung, hatte ich weder geweint noch extrem Stress gehabt. Vor dieser Prüfung, sondern eher Respekt, weil es eine Abschlussprüfung eher weniger ist vom gesamten theoretischen Teil des Studiums, wenn man so möchte. Und das war so das Main-Topic. Ich habe ansonsten mir sehr viel Zeit auch für mich selber ein bisschen genommen, nebenbei viele Projekte noch gemacht, die nichts mit dem M2 zu tun hatten. Und dementsprechend fand ich das M2 an sich, das Lernen, relativ entspannt tatsächlich. Also es war nervig natürlich irgendwann. Und es gab genug Tage, wo man gesagt hat, ich habe keine Lust mehr. Aber an sich würde ich sagen, war es nicht schlimmer als das Physikum. Es ist nur ganz wichtig, dass das M2-Lernen kein Sprint ist. Also man sagt nicht, man kippt sich Koffein rein und ballert dann los, sondern es sind halt wirklich mindestens 100 Tage, die man aufwenden muss, um zu bestehen. Das sollte auf jeden Fall dann auch gesagt werden. Es war jetzt so, dass ich mir, wie ich schon gesagt habe, natürlich Zeit genommen habe, zu lernen. Ich habe den 100-Tage-Amboss-Lernplan primär gemacht. Dann kam in meine Lernroutine nochmal dieser 100-Tage-Lernplan nur kreuzen dran und dann noch einmal die Top-100-Themen, die ich wiederholt hatte. Und damit kommen wir zu der Lernstrategie, wie ich gelernt habe. Ich werde in dieser Lernstrategie natürlich auch erzählen, was drum und dran lief. Aber damit wir so ein bisschen Struktur haben, einmal kurz meine Lernstrategie. Ich habe irgendwann Ende November, Anfang Dezember, glaube ich, angefangen, für den Lernplan mir Zeit zu nehmen. Dazu sei gesagt, ich hatte mein 10. Semester komplett frei, weil ich alle Kurse vorgezogen habe und sozusagen schon im 9. Semester scheinfrei war, also keine Unikurse hatte, aber im Oktober, im November nochmal eine Doktorarbeit machen musste für ein Projekt und dementsprechend dann natürlich auch letztendlich zeitlich eingebunden war. Für den Lernplan habe ich mir dann für jeden Tag halt einen Tag freigenommen, angefangen bei innerer Medizin bis zum letzten Tag, immer einen Tag gemacht. Das heißt, ich habe den Amboss-Lernplan genommen und erst gelesen, das sind so meistens 8 bis 10 bis 13 bis meinetwegen, glaube ich, 16 Kapitel, die ihr lesen müsst. Wenn ihr die gelesen habt, dann kreuzt ihr dazu. Also das ist da relativ einfach und selbsterklärend. Viele Leute brauchen tatsächlich so über 7, 8 Stunden. Ich war meistens nach 3, 4 Stunden komplett fertig mit dem Tag und habe dann entweder Enkis gemacht, also die Amboss-Enkis, die es mittlerweile gibt, oder ich habe einen Lerntag vorgezogen, also zum Beispiel Kapitel oder die Kreuzanteile dieses Lernplans, sodass ich am Tag auf jeden Fall meistens mehr als nur einen Lerntag gemacht habe. Und das habe ich soweit so lange gemacht, bis ich beim Lernplan, dem Leseteil, mit dem Kreuzteil fertig war und nur noch diese Probeexamina kam. Der Lernplan ist so aufgebaut, dass ihr erst Kapitel lest und nachdem ihr diese Kapitel gelesen habt, zu diesem Thema oder zu verwandten Themen letztendlich Kreuz, also Originalprüfungsaufgaben machen, das zieht sich die ganze Zeit so durch, bis ich glaube Tag 85 oder 84. Und dann gibt es nochmal die neuesten Klausuren als Lernteil und als Kreuzteil im Sinne von Probeexamen, wie es im Examen war und das geht ihr die ganze Zeit durch. Diese letzten 16 Tage habe ich alle am Stück gemacht, also drei Tage am Stück, sodass ich da auch nur 5, 6 Tage investiert war und den Lernplan ein bisschen schneller als 100 Tage fertig gemacht. Daraufhin habe ich dann diese Kreuzanteile, die es beim Lernplan gibt, jeweils drei Tage am Stück gemacht, also drei Kreuzanteile, ich hoffe, das ist irgendwie verständlich, an einem Tag gemacht, sodass ich nach circa 30 Tagen fertig war. Ich war am Ende Februar mit dem ersten Lernplan fertig, dann kam so ein Monat circa, der zweite Lernplan sozusagen, wo ich nur gekreuzt habe jeweils, in 30 Tagen circa, und daraufhin habe ich dann noch die 100 wichtigsten Themen, die Ambos euch vorschlägt, nochmal nur gekreuzt und nicht gelesen. Da habe ich aber dann 10 Kapitel, und das hat sehr lange gedauert, nämlich 10 Tage, und das war sehr anstrengend, jeweils gekreuzt, sodass ich nach 10, 9 bis 10 Tagen auch damit fertig war und somit ungefähr sehr, sehr viel gekreuzt habe, also mehrere tausend Fragen auf jeden Fall zu den wichtigsten Themen gekreuzt habe. So habe ich erstmal gelernt, dazu habe ich ab und zu Ankis gemacht. Das würde ich, wenn ich nochmal lernen würde, intensivieren, und das war, oder das würde ich sagen, ist so das Wichtigste, oder nicht das Wichtigste, aber ein wichtiger Bestandteil, den man noch implementieren kann, um letztendlich auch für die Prüfung relativ viel Wissen zu haben. Wie läuft die Prüfung jetzt ab? Nachdem ihr euch vorbereitet habt, am letzten Tag habe ich zum Beispiel auch nichts gemacht, geht ihr in eurem Prüfungssaal, bei uns war es in Köln jedenfalls, am Friesenplatz, in den Satori-Seelen, mit eurer Einladung, die ihr ein bis zwei Wochen vorher zugeschickt bekommt, und geht rein, ganz normal Prüfungsablauf, ihr kriegt euren Platz zugewiesen, und so weiter und so fort, und dann kriegt ihr letztendlich für jeden Tag, also das ist jetzt zum Beispiel der erste Tag, so ein Heft, das ist so ein Prüfungsheft, dann kriegt ihr noch einen Bogen, wo man sagt, welche Antwortmöglichkeiten man angekreuzt hat, und ihr kriegt letztendlich, das brauche ich jetzt nicht zeigen, das sieht ein bisschen krass aus, das ist jetzt zum Beispiel schon am dritten Tag eine Bildbeilage, die ist auch noch mit drin, und hier sind Bilder letztendlich drin für die jeweiligen Klausuraufgaben, genau, das geht noch halbwegs, wo ihr dann reingucken könnt, und das ist dann letztendlich eurer Prüfungsablauf, eurer Prüfungsbestandteil, den ihr habt, und damit arbeitet ihr dann letztendlich. Wir konnten bei uns jedenfalls immer rausgehen, zum Beispiel auf Toilette, oder rausgehen, um ein bisschen zu verschnaufen, es waren immer Menschen da, die uns koloniert haben, man sollst ja nicht mit irgendjemandem reden, aber es war sehr entspannt, zeittechnisch ging alles auf jeden Fall fit, und man hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit, also fünf Stunden hat deutlich ausgereicht, ich habe das erste Mal einfach alles durchgelesen und schnell gekreuzt, also dort, wo ich nicht wusste, einfach nichts angekreuzt, oder ungefähr könnte das und das das sein, und so bin ich einmal durchgegangen, dann ein zweites Mal, dann ein drittes Mal, nach dem zweiten Mal habe ich meine Antworten übertragen, und dann bin ich noch ein viertes Mal durchgegangen, und nach dem vierten Mal habe ich letztendlich meine Sachen abgegeben, und bin hingegangen, meistens so nach dreieinhalb bis vier Stunden, das hat locker gereicht, und dazwischen bin ich natürlich auch immer mal wieder rausgegangen. Ich kann euch sagen, dass in der Prüfung an sich, man sich manchmal denkt, wozu habe ich gelernt, denn ganz im Ernst, wenn euch, ich zeige euch jetzt das hier, wenn euch solche Bilder erwarten, oder Röntgenbilder oder so, und ihr die Fragen dazu lest, denkt ihr so, okay krass, ich habe gar keine Ahnung, und das ist sehr, sehr häufig bei mir passiert, ich wusste, welche Themen das sind, aber mit den Fragen konnte ich nicht viel anfangen, weil meistens dann zwei Möglichkeiten da sind, wo man sich nicht entscheiden kann, was ist richtig, was ist falsch, und das ist normal, und ich kann euch beruhigen, es besteht letztendlich fast jeder, und irgendwie hat man da schon trotzdem eine gute Rate, wie man kreuzt, um halbwegs zu bestehen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich so einen Prüfungstag an sich gestaltet hatte, könnt ihr gerne auf Instagram mal vorbeischauen, ich habe da zwei Reels hochgeladen zum Tag 1 und Tag 3 vom Examen, wo ich so erklärt habe, was ich am Tag gemacht habe, und so weiter. Wenn es euch interessiert, einfach auf Instagram mal vorbeischauen, die Links sind jeweils in der Videobeschreibung. Wie ich genau gelernt habe, werde ich später, äh, nicht wie ich genau gelernt habe, sondern wie ich nochmal lernen würde, kommt noch ein bisschen später, ich möchte jetzt noch über ein Thema reden, ähm, was für mich, äh, wichtig wäre, ähm, und zwar Angst und Stress. Ich habe euch schon gesagt, dass ich am Anfang im Lernplan jedenfalls keinerlei extremen Stress oder Angst, ich sag mal, äh, gespürt habe, weil ich mir dachte, also, es kann euch nichts passieren, theoretisch, ja, es kann euch nichts passieren, weil ihr habt diesen, ihr habt 100 Tage Zeit mindestens in der Regel, wenn ihr das so anfangt, und ihr werdet durch das Kreuzen schon irgendwie Wissen akquirieren, und es wird irgendwie auch für dieses, äh, Examen reichen, ja, ähm, man denkt manchmal, nein, ich bestehe nicht, die meisten bestehen, wie gesagt, ähm, das heißt, da braucht ihr keine Angst oder Stress haben. Was ein Faktor ist, ist aber, dass es auf Dauer natürlich viel ist, es ist ein Marathon an Lernen, ähm, ihr seht vielleicht an meinen Augen und meinen Emotionen, ich habe nicht viele Emotionen gerade, ich bin sehr, sehr erschöpft, ich bin müde, ähm, ich, äh, muss drauf noch ein bisschen klarkommen, wahrscheinlich, es sind drei, vier Tage her, das Examen, aber es ist ermüdend auf jeden Fall, und, ähm, da sollte man sich auf jeden Fall, äh, freie Tage gönnen. Ich habe mir eigentlich jede Woche mal einen Tag freigenommen, das habe ich bis, äh, Ende Januar gemacht, danach habe ich es vergessen, also, man ist irgendwann in einem Flow drinne, und will auch nicht aufhören, weil man Angst hat, ein bisschen Angst jedenfalls, jetzt keine schlechte Angst, aber es ist normal gewesen, und, ähm, das war auf jeden Fall, äh, noch mal kraft, äh, zerrender, und, ähm, da würde ich auf jeden Fall ein bisschen achten, dass man sich Freiheiten, Freizeiten gönnt. Ähm, ich war auf Seminaren immer, also immer mal wieder so andere Setting, aber die Gedanken waren immer beim M2 schon, aber davon dürft ihr euch nicht abhalten. Jedem geht's so, die meisten reden wieder nicht drüber, weil wir krasse Mediziner und so sind, aber es ist nun mal so, dass es Angst und Stress gibt, dass, ähm, viele darunter leiden, dass man sich da auch Hilfe suchen kann, und vor allem mit anderen Menschen reden kann. Ich habe alleine gelernt, ähm, man kann für dieses Examen auch nicht wirklich zusammen lernen, weil es kreuzen ist, aber es hilft schon, mit anderen zu reden, wie es einem geht, Kaffee zu trinken mit diesen Leuten, das habe ich relativ häufig gemacht, ähm, mit Leuten, die zum Beispiel das Examen nicht schreiben, und das hat schon geholfen. Was schwerwiegender war, war natürlich, andere Menschen verstehen nicht so wirklich, die nichts damit zu tun haben, warum euer Tag gerade so ist, und es ist super nervig, jedem zu erklären, dass dieses Examen verdammt wichtig ist, wenn ihr es nicht besteht, das nächste Semester machen, ein Semester geht flöten, ihr könnt nicht ins Peer und so weiter, ihr habt drei Versuche. Ähm, vielleicht einfach sowas ignorieren, ich weiß es nicht, ich habe da meinen Weg nicht gefunden, das hat mich krass genervt, wenn Leute ständig gefragt haben, äh, ja, so schwer kann es ja nicht sein. Doch, es ist schwer, dieses Examen zu bestehen, weil es Arbeit erfordert, wenn ihr gar nicht lernt, kommt ihr nicht durch, wenn ihr den Lernplan macht, wenn ihr so ein bisschen kreuzt, dann kommt ihr schon ein bisschen durch, aber das, äh, sei ja erwähnt, das ist eine anfordernde, hunderttägige Phase mindestens sein wird, wo es Auf und Abs geben wird, aber das ist ganz normal, da kann ich auf Instagram auf jeden Fall planvoll empfehlen, die da sehr viel drüber geschrieben hat, ähm, es ist normal, lasst euch davon nicht abbringen, ähm, es ist nur wichtig, da für sich Coping-Mechanismen vielleicht zu finden, vor allem zum Beispiel auch Sport zu machen, das ist, äh, denke ich, ein sinnvolles Ding, am Abend Sport zu machen, damit man sich nochmal ein bisschen ausbauen kann, runterkommen kann, sich Filme mal anzuschauen, mit Freunden was zu machen und bloß nicht, ähm, wie einige viel wahrscheinlich gemacht haben, sich einzukartieren und nur zu lernen, eure Decke platzt euch über den Kopf. Ich bin währenddessen trotzdem noch circa vier bis acht Stunden die Woche, ähm, zum Musikunterricht gegangen, auf ein Instrument, ähm, ich hab Sport gemacht, zwei bis dreimal die Woche, manchmal viermal, ähm, hab mir Zeit genommen, fast jeden zweiten, dritten Tag einen Kaffee zu trinken. Es gab Phasen, wo man das nicht gemacht hat, aber letztendlich schafft man das schon, damit man so ein bisschen runterkommt, ähm, und dafür hatte ich am Schlaf gespart, der sich natürlich jetzt so ein bisschen negativ auswirkt. Wie würde ich jetzt nochmal dafür lernen? Also, ähm, vorab vielleicht, ähm, die Frage, ob ich bestanden habe, ihr könnt eure Ergebnisse, ähm, also wenn ihr die Proben, äh, Generalproben bestanden habt, bei Amboss, könnt ihr eigentlich relativ sicher sein, dass ihr bestanden habt, also, ich kenne kaum jemanden, der da durchgefallen ist, bei Amboss, äh, beziehungsweise bei Amboss bestanden hat und dann am Ende durchgefallen ist, das gibt es selten. Ich würde, ähm, sagen, wenn ihr die Prüfung geschrieben habt und die Ergebnisse bei MediLearn zum Beispiel eingebt und die Prognose erhalten werdet, dann habt ihr in der Regel bestanden, äh, könnt ihr euch relativ sicher sein, ähm, ähm, also, das habe ich gemacht und dann, ähm, kriegt man ein gutes Bauchgefühl in der Regel. Das könnt ihr auch immer nach der Prüfung direkt machen, äh, sei kurz angemerkt, dann seid ihr da auf der sicheren Seite und könnt so wissen, okay, ich müsste morgen theoretisch besser kreuzen. Es gibt immer einen schlechten Tag, ähm, ähm, einen schlechteren Tag als die anderen beiden Tage, ähm, das ist normal irgendwie, wollen die das so, aber das sei dazu gesagt und dann, ähm, ähm, ist man da nicht böse überrascht. In der Regel, ähm, kommt man schon relativ gut durch. Ich habe auch so ein bisschen den Faden verloren, weil ich nicht weiß, ob ich, ob ich, ob ich den Punkt, den ich sagen wollte, schon gemacht habe. Deswegen ganz kurz, ob ich bestanden habe, laut Medi, dann ja. Ähm, es ist nicht unbedingt die Traumnote gewesen, die ich möchte, aber das Ergebnis ist auch noch nicht 100% safe. Vielleicht wird es auch was, vielleicht nicht, aber ich bin auf jeden Fall durch, ähm, wenn jetzt nicht gravierende 150 Millionen Punkte Fehler sind, ähm, dann sollte ich auf jeden Fall durch sein. Ähm, das auf jeden Fall dazu. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich wahrscheinlich nicht angesprochen habe, und zwar, wie würde ich nochmal lernen, als Lernguide, wozu dieses Video letztendlich auch dient und ich glaube auch viele interessiert, neben dem gesamten psychologischen, äh, Kram, den ich erzählt habe. Eine Sache, die ich vielleicht noch vergessen habe, deswegen nehme ich das jetzt im Nachhinein noch kurz auf, ist Ergebnisse beim Kreuzen, ähm, Ergebnisse, ähm, generell. Ich habe euch hier mal, ich muss euch sagen, ich habe am Anfang miserabel gekreuzt bei Amboss, nachdem ich das erste Mal durchgegangen bin. Also, klar, die ganzen Lernplan-Dinger im Lernplan, so bei 70 bis 80, teilweise 90% bei Psychiatrie und Rechtsmedizin, also mal Interessensgebieten, aber dann in den Probeexaminer dann so 60, 65, mal 70, ja, und dann denkt man sich so, wow, das reicht gerade so aus zum Stehen. Ähm, ich schicke euch jetzt mal eine Liste da rein, die ich bei Amboss gemacht habe. Ihr seht, das erste Mal und das zweite Kreuz ein deutlicher Unterschied. Es wird grüner und es wird grüner. Es kommt sehr viel mehr Wissen, ihr seid deutlich krasser drin, euch sagen mehr Sachen was. Euer Gehirn ist ein Schwamm, wir davon nicht abbringen lassen, ähm, ihr werdet das schon, äh, auf jeden Fall, äh, da sehr gut, äh, machen. Ich würde, wenn ich nochmal lernen würde, auf jeden Fall mir Grenzen setzen, wo ich Pause mache, aber das weiß jeder für sich. Ich glaube, das muss ich nicht nochmal erwähnen. Ähm, ich würde 130 Tage vorher anfangen, wie ich es dieses Mal gemacht habe. Ich glaube, ich hatte 140 Tage ungefähr Zeit. Ich würde den Lernplan machen, wenn ich aber merke, ich hab, ich behalte, also ihr werdet lesen und ihr werdet eh nichts im Kopf behalten von diesem Lesen. Ich würde den Fokus aufs Kreuzen machen und einmal 100 Tage durchstraight machen. Gerne schneller, wie ich es ganz am Anfang erwähnt habe, dass ihr 100 Tage, äh, äh, keine Ahnung, 80 Tage macht. Das schafft man, äh, schon. Das ist anstrengend, das schafft man. Aber wenn man das gemacht hat, ist erstmal gut. Danach, wie ich es auch gemacht habe, habt ihr eigentlich auch noch so ein bisschen Zeit, ähm, nochmal den gesamten Lernplan zu machen, wo ihr nur den Kreuzanteil macht. Ja, also nur kreuzen. Also drei Tage am Stück, äh, an einem Tag und dann klappt das. Dadurch habt ihr, wenn es gut läuft, den Lernplan zweimal durch, ja. Das macht nicht jeder. Manche machen 100 Tage, ist alles fein. Ich erzähle jetzt euch nur, wie ich es nochmal gemacht hätte. Und dann würde ich, wie ich es auch vorher gemacht habe, die Top 100 kreuzen. Und ganz, ganz wichtig, das ist ja nämlich alles, was ich schon vorher erzählt habe, wie ich vorher gelernt habe. Ich würde mir deutlich mehr Zeit nehmen, die Antwortmöglichkeiten zu lesen und nachzuvollziehen. Dann dauert das Kreuzen an sich länger, aber ihr habt einen besseren Gewinn für euch. Wenn ihr nämlich nur wisst, ich kreuze bei dem Röntgen irgendwie einen Bruch an, schaut euch aber den Bruch nicht an. Oder guckt euch nicht an, wie der Bruch eigentlich, wenn es eine andere Klassifikation wäre, aussehen würde. Dann habt ihr da keinen Zusatzgewinn. Also da wirklich einen deutlichen Fokus aufs Kreuzen und aufs Lesen der Antworten, zum Beispiel bei Amboss, äh, legen. Ich würde des Weiteren, wenn ich nochmal lernen würde, die Anki-Karten vom M2 machen. Und zwar jeden Tag so eine halbe Stunde. Wenn ihr das 100 Tage durchzieht, das ist anstrengend, ich habe es leider nicht gemacht, dann glaube ich, dass am Ende, dass man schon so 2000 Karten vielleicht schafft. Also 1000, 1200, 2000 Karten, I don't know. Und dadurch schon so viele Fakten im Kopf hat, wo man sich so denkt, krass, hätte ich sonst nicht gelernt. Von Klassifikation bis über Random, Promo, Granin-A-Fakten. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und damit hat man diesen Lernplan abgerundet. Nebenbei vielleicht einen Tag pro Woche Pause oder nicht. Das muss jeder für sich wissen. Aber dadurch hat man einen sehr großen Umfang an Kreuzen gemacht. Und bevor ich am Kreuzen sparen würde, würde ich das Lesen rausstreichen und nur kreuzen. Damit seid ihr auf jeden Fall durch die Antworttexte bei Amboss auf einem sehr, sehr guten Niveau angekommen. Und das würde ich so machen. Es ist anstrengend, dieser Plan, den ich sage. Aber damit besteht ihr nicht nur mit einer 4, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Und das ist auf jeden Fall diese Variante. Wer eher diese Schmalspur-Variante will, der wird mit den 100 Tagen Amboss. Auf jeden Fall klarkommen. Easy. Seine 3 und 4 kriegen. Das sei gesagt. Also ihr müsst jetzt nicht 140 Tage durchballern und euch Koffein auf die Nase ziehen. Das nicht. Aber das war eine Möglichkeit, so gesagt, wie ich das nochmal angehen würde, um auch so zu bestehen, dass ich sage, die Note oder was auch immer ist mir wichtig. Ist die Note jetzt endlich wichtig? Vielleicht das noch geklärt? Aus Erfahrung kann ich euch sagen, nein. Also selbst wenn ihr eine krasse Forschungsstelle machen wollt, kommt es da auch eher auf die Doktorarbeit an, auf euer gesellschaftliches Engagement, studentisches Engagement. Kommt durch das M2 durch. Strasst euch nicht zu sehr. Ihr müsst nicht diesen Plan, wie ich es erzählt habe, machen. Aber damit kommt ihr relativ gut durch. Strasst euch nicht wegen der Note. Wenn da eine 4 steht, steht da eine 4. Es juckt kein. Ich denke, das kann auch ein Großteil der Klinikärzte und Chefärztinnen und Ärzte so sagen. Da würde ich mir nicht so viel Stress geben. Aber das ist letztendlich eine Sache, die jeder für sich individuell anschauen muss. Für mich persönlich ist die Note nicht so wichtig, auch wenn natürlich das innere Perfektionismus, Herz und Blödsinn blutet, wenn die Note nicht stimmt. Aber das sei hierzu noch gesagt. Ja, wie fühlt sich die Zeit danach an? Auch noch so eine Frage, die man erklären kann. Ich bin jetzt zwei, drei, vier Tage durch. Ich bin nach wie vor müde. Ich habe in der Zeit, habe ich euch ja schon gesagt, nicht so viel geschlafen. Ich bin ein bisschen so betäubtmäßig. Wahrscheinlich, weil der ganze Stress, Corticosteroide, die im Körper waren, langsam ablassen. Ich fühle mich so manchmal ein bisschen krank. Lasst euch danach feiern. Genießt euer Leben. Ich würde sagen, nicht danach einfach chillen. Macht mit ein paar Projekten, die stehen geblieben sind. Sprachenlernen oder so weiter. Geht raus ins soziale Leben. Ich denke, dass es nicht schlecht ist, wenn man das macht. Aber danach, also die Erleichterung, die viele verspülen, ist bei mir jedenfalls noch nicht da. Ich bin nach wie vor extrem müde. Ich denke, das ist normal. Immer noch leicht gereizt von vielen Sachen. Genau, also da würde ich so ein bisschen machen, dass man sich so ein bisschen befängt. Weil diese Zeit war intensiv. Sie war hart. Muss man sich auch einfach mal eingestehen. Und dass man damit durch ist, ist eine gute Sache. Und danach kann man sich auf jeden Fall auch so ein bisschen Pause gönnen. Schließend möchte ich sagen, wie gesagt, M2, krasse Zeit. Muss man nicht wiederholen. Muss man definitiv nicht wiederholen. Dafür ist das Leben zu kurz. Aber wenn es fertig ist, ist fertig. Ihr könnt ins PJ. Ihr könnt was anderes weiter studieren. Es ist ein harter Slap. Aber ihr werdet es packen. Die meisten bestehen jetzt. Guckt euch die Statistik an. Deswegen keine Sorgen machen. Bei Fragen gerne in die Kommentare. Dann versuche ich sie zu beantworten. Ansonsten könnt ihr mich gerne bei Instagram erreichen, bei Fragen. Und da werde ich mein Bestes geben, die zu beantworten. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen in der Examsverbereitung weitergeholfen. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg für die Prüfung.